Landwirt live dabei. Wir berichten von den Top-Events. Ein herzliches Grüß Gott hier am Messestand der Firma Pfanzelt auf der Austrofoma in Stift Schlegel 2015. Mein Name ist Wolfgang Haltenberger. Ich bin zuständig für den Vertrieb in Österreich und darf Ihnen heute unsere Neuerungen, unsere Neuheiten präsentieren. Wir dürfen hier eine komplett neue Serie von Rückkehranhängern vorstellen. Die Logline-Serie von uns beinhaltet Wegen zwischen 14 und 19 Tonnen Gesamtgewicht. Einzigartig bei diesen Wegen ist eine hydraulisch verstellbare Deichsel. Ich kann die Deichsel nicht nur schwenken hydraulisch, ich kann sie auch in der Höhe verstellen. Das heißt, ich kann mir den Wagen auf der einen Seite ausheben, wie ich ihn brauche, kann, wenn ich mehr Bodenfreiheit brauche, im Bestand die Bodenfreiheit erhöhen und kann den Wagen auch am Hang wieder waagrecht richten. Hat den Vorteil, ich erreiche somit eine Art Kran-Tilt. Ist einzigartig am Markt. Gleichzeitig bietet das System auch noch eine gefederte Deichsel. Einfach mehr Laufruhe auf der Straße. Wichtig bei diesen Wegen auch noch vielleicht hervorzuheben, wir können bei diesen Wegen Kräne bis 9 Meter Tonnen verbauen, Hubmoment, 9 Meter Tonnen Hubmoment und bis 10 Metern Reichweite. Wichtig auch noch, der Wagen vom Aufbau her sehr ähnlich einem Vorwader. Ich habe Ladelängen von 4,5 bis 6,5 Metern, somit eine hohe Flexibilität und kann auch mehrere Sortimente, zwei Sortimente hintereinander laden. Ich darf Ihnen unsere neue Serie, unsere neue Generation, den PMTRACK 3 vorstellen. Der PMTRACK 3 ist eine komplette Eigenentwicklung, zeichnet sich aus durch seine hohe Flexibilität. Wir können auf der einen Seite im Heck Rückekräne montieren, genauso wie Ladekräne, bis zu 9 Metern Hubkraft und bis zu 10 Metern Gesamtreichweite. Einzigartig ist auch noch das Bedienkonzept des Fahrzeuges. Der Bedienstand ist elektrisch drehbar. Ich kann das Fahrzeug komplett über Joystick steuern und habe auch noch im Heck meistens dann eine Doppeltrommel Seilwände verbaut, zwischen 8 und 10 Tonnen Zugkraft. Somit ein gesamtes Konzept für Langholz, Kurzholz, sämtliche Sortimente auf einmal.